Avatar 2, die Macher dieses legendären Blockbusters, haben für den Dreh dieses Films eine neue Kamera bauen lassen. Überleg mal, was ist dein Lieblingsfilm, lieber Kitty? Wahrscheinlich nicht gerade ein Film, der mit einem Toaster gedreht wurde, es sei denn, du denkst gerade an die Gummibärenbande. An welchen Film du jetzt gerade auch denken magst, den Avatar machen, hat die Kamera, mit der dieser Film gedreht wurde, nicht gereicht. Und auch nicht die Kamera von Avengers, Endgame oder Star Wars oder Jumanji oder Harry Potter. Oder an welchen Lieblingsfilmen du jetzt auch denkst, die Qualität, die die erfolgreichsten Filme heutzutage haben, reicht denen einfach nicht aus. Nein, reicht nicht. Wir bauen eine nie dagewesene Kamera für Avatar 2. Dementsprechend ist der weltweit teuerste Film Avatar 2 der erste Film seit Anbeginn der Zeitrechnung, der jemals mit einer 3D-Kamera aufgenommen wurde. Was bedeutet, dass 3D-Brillen bald schon Geschichte sein werden. Pulle mit die Kulübe, die Baller, Mann und Baller, mir die vollste Dröhnung und Erhaltung jetzt auf dem Kanal.